Herzlich Willkommen zu der heutigen Review. Heute schauen wir uns mal den Technics Digital Klang Prozessor SHGE90 an. Viel Spaß! Erschienen ist der digitale Klang Prozessor 1993 und war ein zusätzliches Modell zu dem SHGE70 den es auch schon auf dem Markt gab und wurde bis in die 2000er Jahre gebaut. Ich würde sagen wie immer erst mal einen Blick auf die Rückseite um zu sehen welche Anschlüsse er hat. Und so sieht die Rückseite des digitalen Klang Prozessors aus. Wir haben auf der linken Seite Cinch Anschlüsse und zwar einmal zwei Stück für Tape. Das war einmal Rack Out linker und rechter Kanal und Play In linker und rechter Kanal. Hier war also Rack Out war das Cinch Kabel für den Ausgang zum Kassettendeck und Play In war vom Kassettendeck in den Klang Prozessor. Dann haben wir hier noch mal In und Out. Da konnte man einfach ein zusätzliches Gerät anschließen. Im meisten Fällen kam aber hier in das Eingangssignal vom Verstärker rein in den In Anschluss und ging hier wieder zum Verstärker zurück und somit konnte ich den die Geräte die am Verstärker angeschlossen waren wie Plattenspieler oder CD Player über den digitalen Klang Prozessor laufen lassen. Und dann haben wir noch auf der rechten Seite den kleinen Stecker für den Stromanschluss. Das war es auf der Rückseite. Jetzt schauen wir uns mal die Funktionen auf der Vorderseite an. Werfen wir als erstes einen Blick auf die linke Seite. Auf der linken Seite unter dem Technics Logo ist einmal der Power Schalter, also Netzschalter zum Einschalten des Geräts. Rechts davon haben wir die Funktionen für die Karaoke Eigenschaften die der Klang Prozessor hatte. Und zwar habe ich hier unten zwei Mikrofoneingänge und oberhalb dieser Mikrofoneingänge habe ich zwei Lautstärkeregler. Hier hatte man das Mikrofon 1, hier hatte man Mikrofon 2 eingeschlossen und man konnte die Lautstärke der Mikrofone separat regeln. Diese drei Buttons sind für die Karaoke Funktion zuständig. Wir haben einmal hier Voice Mute. Damit konnte ich die Lautstärke der Wiedergabe von einer CD oder Schallplatte oder Kassette etwas dämpfen, um die Gesangsstimme von der Person, die gesungen haben, besser zu hören. Mit der Keycon Taste konnte ich die Tonhöhe etwas runterdrehen von der Wiedergabe und mit der Echo Taste konnte ich einfach einen Echo Effekt hinzufügen. Hier unten haben wir noch mal eine Taste, da steht Display Spectrum Mode. Damit konnte ich einfach die Anzeige des Displays verändern. Da gab es vier Modi, die ich hier umstellen konnte. Schauen wir uns im eingeschalteten Zustand dann an. In der Mitte haben wir dann das Display, auf dem uns alles angezeigt wird und auf der rechten Seite haben wir natürlich noch ein paar Tasten für die Einstellungen. Zwar haben wir hier oben erstmal drei LEDs, einmal Eco-Frag, Effekt, Key und Echo. Würde ich gerne erklären, wenn wir das Gerät eingeschaltet haben, weil die einfach nur leuchten, wenn ein ausgewählter Modus aktiv ist. Dann haben wir hier die Fix Mode Taste. Da hat Technics einfach schon mal ein paar voreingestellte Effekte eingespeichert, zwischen denen ich die aussuchen konnte. User Mode hatte ich die Möglichkeit, meine eigenen Einstellungen vorzunehmen und bis zu fünf Stück zu speichern. Mit Memo natürlich habe ich das gemacht. Das ist die Memo Taste für das Speichern dieser Benutzereinstellungen. Dann habe ich hier SFP, Off, On. Das war die Taste für die Ambientensteigerung. Konnte ich hier ein- und ausschalten und es gab noch einen Demo Modus. Wenn ich auf die Demo Taste gedrückt habe, hat er mir einfach die ganzen Sachen auf dem Display in einem Demo angezeigt. Dann haben wir hier unten einmal für Rauf und Runter Band Einstellungstasten und Level Plus und Minus für die Einstellungen, die wir uns dann im Display anschauen. Dann haben wir hier noch EQ On Flat. Damit konnte ich einfach die ganzen Einstellungen ausschalten und die normale Wiedergabe der CD abspielen, ohne dass diese Veränderungen vom digitalen Soundprozessor hörbar waren. Dann haben wir hier nochmal einen Joke, mit dem ich ein paar Einstellungen vornehmen konnte und Source-Auswahl zwischen dem Input, den wir hinten auf der Input-Seite angeschlossen haben, oder wenn das halt ein Tape war, konnten wir hier das Tape auswählen. Dann haben wir hier noch die Joke Mode Taste und die Frequenzen hier vom Joke einzustellen, die wir dann einstellen können. Ich würde sagen, ich schalte das Gerät einfach mal an und wir werfen einen Blick auf das Display und gucken uns noch ein paar Funktionen im Live-Modus an. So, einmal die Power-Taste an und dann sehen wir schon mal im Display eine Anzeige und wenn ein Signal kommt von einem Song, sehen wir auch einen Ausschlag. Ich schalte ein bisschen ans Display erstmal ran, dass man das auch besser sehen kann. So, da sehen wir das und wir schauen uns einfach mal die Tasten hier auf der rechten Seite auch mal an und die Funktionen und welche Auswirkungen das Ganze auf das Display hat. Wir sehen, dass hier im Display schon mal rot SFP leuchtet und dieses SFP können wir hier mit der Off-On-Taste ausschalten und einschalten. Man sieht auch, wenn man den Modus hier einschaltet, dass auch hier die LED auf Effekt Key umschaltet und ich jetzt hier mit der Fix Mode Taste die voreingestellten Effekte auswählen kann. Ich hätte da hier einmal Theater-Modus, Hall für Halle, Live für Live Musik, Disco, ein eingestellter Disco-Effekt, CHRCH steht für Church, STADM für Stadion und dann sind wir wieder zurück bei Theater. Wenn ich die SFP-Taste wieder ausschalte und nochmal die Fix Mode Taste drücke, habe ich da andere Effekte und zwar Soft, Vocal, HP, ST, Car, Heavy, Clear, Soft und wieder zurück bei Vocal. Das heißt, ich habe ein paar Effekte, die ich einmal mit der SFP-Taste benutzen kann. Die sind anders als die, wenn sie diese SFP-Taste ausgeschaltet ist. Im User Mode habe ich die Möglichkeit, fünf verschiedene Einstellungen zu speichern und kann diese Frequenzen natürlich hier im Display mir selbst einstellen. Wie das funktioniert, ist eigentlich ganz easy. Ich gehe hier auf User Mode und kann hier mit dem Joke drehen, dann sieht man immer, da blinkt die ausgewählte Frequenz und kann nämlich hier bei Band umschalten zwischen Low, dann sind wir auf der ganz linken Seite, sieht man gleich, Moment, User Mode, Low, dann sieht man, wenn ich jetzt am Joke drehe, dass sich dieser Punkt auf der linken Seite befindet. Ich kann das Band High 1 wählen, dann bin ich so in der Mitte, sagen wir mal so die Mitteltöne und bei Band nochmal drauf bin ich bei High und das wären so die Hochtöne. Man sieht ja auch den Frequenzbereich hier unten, der ist auf dem Display aufgedruckt. Und das Ganze kann ich hier mit Level verändern, also mit Minus nach unten, mit Plus nach oben und diese Auswirkungen höre ich auch gleich, wenn ich die einstelle. Das heißt, ich kann zum Beispiel hier die Höhe ein bisschen hochstellen und kann die dann mit dem Joke hier ein bisschen verändern, diesen Frequenzbereich. Kann natürlich auch auf Low gehen und zum Beispiel da die Bässe ein bisschen höher zu machen, kann das Ganze auch ein bisschen verschieben und kann zum Beispiel hier auf High 1 gehen, das zum Beispiel jetzt runterdrehen oder auch etwas höher und kann das Ganze hier auch einstellen, wie ich das halt gerne hätte und wie mir das gefällt. Und um das Ganze zu speichern, muss ich dann einfach nur hier auf Memo drücken und dann einfach auf User Mode. Dann steht da hier eine 1, eine 2, eine 3, eine 4 oder eine 5. Das heißt, ich wähle mich einfach durch diese Modis durch, um einfach zu sagen, ich möchte das jetzt gerne beim User 2 zum Beispiel speichern. Drücke ich nochmal auf Memo und dann erscheint er auf User 2. Wenn ich mich jetzt durch den User Mode klicke, dann ist der User 3 eigentlich ganz flach, der 2 auch, 5 auch, 1 auch und bei 2 habe ich dann meine Einstellungen, die ich mir vorher gespeichert habe. Wenn ich dann hier auf der anderen Seite neben dem Jog noch hier auf die Source Taste drücke, also man sieht, ich habe jetzt da im Display einen kleinen Ausschlag, da läuft halt Musik im Hintergrund. Ich glaube aber gerade, dass das Lied auch zu Ende gegangen ist, kann ich einfach hier auf Source drücken. Dann würde er jetzt zwischen Tape umschalten, da hört man aber nichts, weil nichts angeschlossen ist und auf Input 1 läuft halt aktuell irgendein Song oder auch nicht, gerade nicht. Oder er ist halt sehr leise, dass man ihn nicht hört. Ja, dann hat man hier noch die Demo-Taste. Wenn man die drückt, erscheint erstmal im Display schön Demo und dann läuft er diese ganzen Frequenzen durch mit dem Hall-Effekt und spielt diese einfach paar Sekunden ab. Dann wechselt er zum Live-Effekt und dann kann man sich einfach diese ganzen voreingestellten Sachen hintereinander auch schnell anhören. Wenn man das Ganze stoppen möchte, drückt man einfach auch wieder auf die Demo-Taste, dann kehrt er wieder zu dem vorherigen Modus zurück oder die Demo schaltet sich einfach dann von selbst aus und dann ist das fertig. Ich klicke hier einfach nochmal kurz auf User-Mode nochmal, da sind unsere Einstellungen ja gespeichert und man sieht, dass die Wiedergabe immer noch läuft und ich habe hier auf der linken Seite noch die Display-Taste, mit der ich mir hier die Anzeige vom Song einstellen kann. Es gibt vier Modi, das heißt einfach so von unten nach oben oder das wäre der zweite, dass er den höchsten Ausschlag einfach so als kleinen Punkt anzeigt und dieser dann später erst runterfällt. Dann kann man das Ganze nochmal drehen, dass das von oben nach unten fällt oder das war es eigentlich schon. Das war der normale, das ist der zweite, der dritte, da gibt es nur drei Modi, sorry. Ja und hier wie gesagt auf der linken Seite der Rest ist alles Karaoke-Einstellungen und so konnte man sich einfach das Klang-Erlebnis noch ein bisschen besser einstellen mit dem digitalen Klangprozessor und an seine Hörbedürfnisse anpassen. Ja, ist ein schöner Klangprozessor, kann man nicht sagen. Ich finde ihn ein bisschen von der Bedienung umständlich, aber ist auf jeden Fall ein Hingucker, wenn man den in seinem Turm hat. Und ich werde auch versuchen noch den SHGE70 aufzutreiben und euch den mal zu zeigen, weil das auch ein schönes Gerät ist. Ansonsten, wenn euch die Review gefallen hat oder ihr Fragen habt, schreibt es mir in die Kommentare. Solltet ihr auch einen besitzen und das Display sollte nicht funktionieren, schreibt mir das auch in die Kommentare. Dann würde ich mal ein Video machen, wie man das reparieren kann, weil es nicht sehr aufwendig ist und dann hat man wieder ein funktionierendes, nicht flackerndes Display. Ja, also nochmal das war's und bis zum nächsten Mal, euer Davy Jones.